Er hatte so etwas wie den Oberschenkel des Ruhrgebiets. Moritz Jens, Innenverteidiger des FC Schalke 04. Über ihn wurde in den vergangenen Wochen in Gelsenkirchen geredet und geredet und geredet, einfach weil er nicht gespielt hat. Und genau das wird anders im Abstiegskrimi gegen Hertha BSC am Freitagabend. Wie Trainer Thomas Reis auf der Pressekonferenz bestätigte, Moritz Jens ist einsatzfähig. Doch nicht nur Moritz Jens ist einsatzfähig. Thomas Reis hatte noch ein paar weitere gute Nachrichten. 25 Feldspieler waren während der Woche im Training dabei. 25, vielleicht als Ergänzung, nur 18 darf er nominieren fürs Aufgebot. Und es waren auch sehr lange verletzte Spieler dabei, zum Beispiel Jere Urunen, zum Beispiel Sepp Pfannenberg, sodass die Besetzung des Kaders diesmal ein großes Geheimnis ist und uns alle überraschen wird. Wer allerdings ein filigranes Fußballfest mit Tempo und Tricks und tollen Toren erwartet, daraus wird wohl nichts. Es wird ein hartes Spiel, so hat es Thomas Reis formuliert. Und Kevin Prinz-Boateng, auf Schalke gut bekannt, Anführer von Hertha BSC, sagt sogar, da wird es vielleicht die eine oder andere Rangelei, die eine oder andere rote Karte für eine der beiden Mannschaften geben. So weit wollte Thomas Reis nicht gehen. Ich habe ihn darauf angesprochen und er antwortete nur, wenn es rote Karten gibt, dann am besten nur für Hertha.